Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei nico.autor.adventure. Ja, ich bin wieder unterwegs, aber nicht im Urlaub. Ja, wie ihr es mitbekommen habt, der letzte Urlaub ging ja mehr oder weniger in die Hose, da ist mir ja in den Campervan eingebrochen worden. Ja, ist soweit alles wieder in Ordnung, alles soweit wieder repariert. Ich bin, ja, wie gesagt, unterwegs und diesmal für eine schöne, ja mittlerweile schon Herbst-Wandertour, also seid gespannt und ja, kommt wieder mit. Bis dann! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und bleibt einfach dabei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020